Danke, dass ihr die Insta-Motor spürt. Ich hab doch von ihm gehört. Ja, mein Gott ist blöd. Alter, ich versteh nicht, wie man auf Kontrolle Fishings machen kann. Okay, nee. Das war Bullshit. Der Autotainer hat mich gerade gefickt. Ja, ich wollte nur gemocht sein. Denn der wird gebüht. Alter, weißt du... Meine Fresse! Du hörst auf! Ich glaube, die haben mich da einfach neben dem Gebüsch versteckt in der Palette.